Als nächstes! Star Cup! Oh, Star Cup! Ich glaube der wird schwierig. Ich guck mal, da hat einmal so ein komisches Motocross Strecke. Eiswelt, Mario Welt und bei der Lava können wir wieder schön runterfallen. Das gefällt mir aber ganz gut. Du wahrscheinlich. Jetzt musst du aber langsam echt mal mit Gas gehen. Die letzten Rennen waren ja echt enttäuschend. Ja, das ist wie gesagt nicht so mein Spiel. Oh, hier brauchen wir glaube ich einen Offroad. Oh, ich bin Erster würde ich sagen. Ja, war ja ein paar Mal und dann zählt eigentlich am Ende, wenn du als Erster ins Ziel kommst. Oh nein, daneben gesprungen. Toll ey, jetzt haben die mir alle den Binger geklaut. Ich bin voll dazwischen gesprungen. Ich kenn die Strecke hier gar nicht. Links, rechts. Kennst du doch die Strecke. Boah, wie weit sind die auseinander? Toll. Scheiße, ich hab nicht mal ein einziges Ding eingesammelt. Ich auch nicht. Ich bin noch Erster. Sind das vielleicht Ereignisfelder wie bei Monopoly? Ereignisfelder. 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 Ereignisfelder, ich bin nicht übel. Fragezeichenfelder. Die muss ich jetzt leider abschießen. Nein, 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 du es nicht. Oh, das geht gar nicht. Alter, ich wollte da rein driften. Oh, das blöde ist, die haben keinen Rückwärtsgang, die Dinger. Oder haben wir einen Rückwärtsgang? Ja, ich hab's auch nicht herausgefunden. Wo ich grad vor der Wandtherter da voll gegen die Wand der Idiote. Benutzt du eigentlich den Springknopf? Ja, wir haben einen Kurveneingang, aber so viel bringt der irgendwie nicht. Hab ich das Gefühl. Alter, hier ist ein Stern, richtig geil. Was ist das? Boah, Bosa, voll weggehauen. Boah, Spitzkehre. Boah, nein. Ah, dann ging jemand. Scheiße. Pilz. Wie kommst du denn jetzt hier? Ja, Pilze und Stern. Ein Stern, drei Pilze. Hauptsache der Fett, der Kleebanane. Kleebanane. Kleebanane vor uns geworden. Oh, ich springe noch daneben. Ich glaub ich hatte bis jetzt so eine Attacke. Hier musst du auf jeden Fall driften, ne? Fuck. Wenn ich nicht gegen die Banane fahre und gegen die Wand knalle. Aber man merkt, bei so Strecken bist du nicht mehr so schlecht, wo man runterfallen kann. Ja, wenn es auf jeden Fall genug auf Freilauf gibt. Auf Freilauf. Dieser Bauseil weckt mich auf, ey. Der ist nur gut, weil eine Strecke von dem dabei ist wahrscheinlich. Boah, Stern ist so krass hier auf der Strecke. Wie ist das? Versuch ich das jetzt mal. Na, das war ja toll. Das war schön eingesetzt. Das war bitter. Oh, ich helfe dir mal ein bisschen. Ja? Du hast jetzt zwei Gegner schon abgeschossen. Schön. Drei Gegner hab ich für dich abgeschossen, Alter. Für mich. Lust doch, Alter. Ja, in der Kurve oder was? Ja, klar. Dann ist recht. In der Kurve hast du noch den meisten Vorteil dadurch. Vielleicht gegen die Wand knalle. Dann kannst du ja trotzdem weiterhin driften und dann den Pilz benutzen. Das ist zu kompliziert. Ja, ja, ja. Oh, ich hab mir Barrio überholt. Ist das nicht seine Strecke hier? Fünfter, Alter. Nein, fett. Wow. Ah, fahr doch die Bananen. Ich brauch jetzt mal eine Bananen. Alter, wenn da keiner durchfährt. Was machst du denn? Alter, ich hab jetzt zehn Bananen hintereinander bekommen. Was ist das denn? Was ist das? Mann, ey. Ich war zweiter. Entschuldigung. Ich hab ja nicht gedacht, dass du da reinfährst. Ja, wer denn sonst? Ich wusste ja nicht, dass du so blöd bist. Ja, sehe ich doch nicht im Kurvenausgang. So, noch mehr Bananen, Alter. Ich bin schon im Ziel, fast. Ja, ja, ich überhole dich gleich. Ja, komm. Ich warte. Du bist zu, du bist aber ganz schön weit weg. Jawoll, pass mal auf jetzt die nächste Kurve. Guck mal. Du kannst mir Danke sagen, Alter. Ja, danke. Ich nehm die Bananen hier. Ich bin bereit. Hier noch eine. Bevor du vorher ausrutschst und da runterfällst. Ich bin zu weit links. Okay, jetzt kommen noch ein paar grüne Panzer entgegen bei euch. Ich hab auch ganz schön noch aufgehört, würde ich sagen. Hätte ich jetzt noch ein paar Panzer, hätte ich dich voll abgeschossen. Nein! Verdammt. Ich bleib dir noch in der Wand hängen. Ich hab noch umgedreht an mich, damit ich den grünen Panzer entgegenschießen kann. Ja. Wurde es ein bisschen knapp. Das ist sehr toll. Ja, erster und zweiter fängt ja schon mal gut an der Cup. Nicht so wie der andere. Ja, ich sag ja. Bei so Strecken, wo die ein bisschen breiter sind, geht das natürlich. Weil die Steuerung ist nicht so präzise, dass man den so an dem Rand entlang zirkeln kann. Oh, der ist auch noch rutschig dazu. Ja, das ist genau deine Strecke. Pass auf. Mal sehen. Oh, jetzt hab ich noch einen Start verbockt. Das war es, weil er so rutschig ist. Ja, stimmt. Scheiße. Pinguine. Ja. Last flap. This one! Oh, fuck ey diese blöden Pinguine-Babys, ey! Fuck you, ey! Wir sind so von eins auf sieben, auf acht sogar! Ja, zwar zu in Anfang, sind die alle noch noch... Ja, sie sind im Hof. Oh nein, die beiden sind so blöd und du nimmst diesen blöden Pilz noch, ey. Das ist immer noch ein Panzer. Alter, fuck you, ey. Okay, da sind wir jetzt gut auf dem letzten Platz drüber gewöhnt. Schön, dass du gut gemacht hast. Du bist auch immer direkt. Jetzt brauchen wir 10 Blitze. Da hab ich knapp drüber geschrungen. Ich bin ein Eisenglotz. Alter, ich wollte da drüber springen. Ich dachte, der ist Superman oder so. Super Mario. Fuck, Alter. Ach, da bist du, ey. Wie schlecht, ey. Ach, nee. Wie knapp war das denn? Du hast dich noch zu früh gefreut, Alter. Du hast dich gefreut. Ich dachte immer, du kommst jetzt mal. Ich hab mich im ersten Rennen gefreut für dich. Ich dachte, du warst so gut. Ich dachte, das ist nicht so mein Spiel. Das ist zu unpräzise für mich. Oh, die Fotze, ey. Nimm mir das Ding da weg, ey. Ah, ich bin so voll Trottel, ey. Ich wollte immer dann drüber springen über diese blöde Kante. Oh, Mann, was ist das denn? Das war voll der Fail. Das war voll der Pixelfehler. Ich kann gar nichts mehr machen. Mann, ey, ja. Achter, ey. Guck mal, die überrunden wir schon wieder. Alles gleich. Kleine Fotze. Boah, Blitz als dritter, ne? Ich war dritter. Ja, und ich bin wegen dir jetzt gegen die Wand gefangen. Geil. Nein, nein, nein. Fuck, fuck, fuck. Wer ist der erste, Alter? Donkey Kong. Oh, diese blöden, blöden Pinguine. Ich bin der erste. Scheiße, krieg ich nicht mehr. Außer ich hab jetzt irgendwas noch. Boah, zweiter noch immerhin, ne? Und der Luigi ganz knapp hinter mir. Ich glaub, ich schaff das nicht mehr. Warte, weil du Joschka Fischer genommen hast, ey. Kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Wenigstens bist du zweiter und wir können zum nächsten Rennen, falls es noch was gibt. Oh ja, das ist Lara. Ne, das kommt erst mal noch das Mario-Rennen. Lara kommt zum Schluss. War das erst das zweite? Stimmt. Das ist das frechste, das ist Lara. Aber das ist natürlich schlecht für dich, weil du jetzt keine Punkte geholt hast. Na ja. Ja, Joschka Fischer ist jetzt immer noch dritter. Okay. Oh. Ich glaub, das war nicht so. Ach, Varium. Weißt du doch aus, ey, wenn du dann Gas gibst. Ja, ich sag doch, ich kann mit dem Ding hier. Das ist nicht so, ey. Du schieß dich selber ab. Boah, fuck, ey. Was war das so für ein hässlicher Pilz, oder? Das war ein Panzer immer noch. Und der war von mir, der war blau. Einsch doch, ey. Du mit deinen Panzern, ey. Pilz ist was anderes. Ich bin erster. Was ist denn hier los? Die sind halt rot, die Pilze. Da muss ich immer an Pilze denken. Das war aber ein blauer. Na egal. Ist das rechts und links hier auch Pilze? Ist die Wand auch Pilze? Oh, ey. Guck mal jetzt. Hier warst du einmal richtig abgelostet. Jetzt weiß ich noch ganz genau. Bist du mal da runtergefallen, was jetzt gleich kommt, ey. Alter, wo springt der denn bitte? Nein, 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 nein. Ach, Mist. Nein, 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 nein. Das meine ich. Genau das meine ich, ey. Genau das meine ich, ey. Ja, der hätte immer auch eine Leitblanke hinmachen können. Jetzt musst du aber besser in den Griff bringen. Und Achter. Jawoll. Scheiße. Luigi. Mein Bruder, lass mich doch vor. Alter, was war das denn für ein Fiespicket? Ach, nein. Kommt, hä? Du bist weg. Ich fässt nicht weit an. Fuck, ey. Nein, ich... Alter, ich bin so ein... Vollidiot, alter. Fuck, ey. Du bist so runtergefallen. Ich bin da links... Alter, nein! Nur weil das hässliche Ding keinen Rückwärtsgang hat. Jetzt kommen wir schon wieder. Bist du ja schon wieder noch mal in den Euteran. Fuck, Alter. Ich hol doch alle auf. Pass auf, ey. Oh nein, nein, nein. Wo fährst du denn hin, Alter? Wo du auch hinfährst. Du bist auch noch dummer als ich, ey. Oh nein! Was ist das denn? Ich fahr durch den Zaun, du. Oh, du Idiot, Alter, ey. Oh, du Idiot, Alter, ey. Oh, ich bin so Bananen, ey. Hä, der hat so eine Fake-Attacke in die Luft gemacht. Ich muss mich konzentrieren, Alter. Verdammte Scheiße, ey. Alter, wie kann man sich denn gegenseitig platt fahren, wenn man klein ist, ey. Ja, das geht. Was ein Schwachsinn, ey. Oh nein, das gibt's doch nicht. Was ein Schwachsinn. Oh, jetzt hab ich keine Dinger eingesammelt. Ich krieg die Krise, ey. Was ist das denn? Ich rutsche die ganze Zeit runter jetzt. Guck dir das mal an. Hallo. Oh, ich bin kurz vorm Ziel, ey. Ich auch. Hab ich Lust an der Runde. Alter Stern, jawoll. Okay, wenn du fitter bist, dann heißt das, wir kommen eine Runde weiter. Wir sind im Recorder. Sehr gut. Ach, noch Zweiter geworden. Ja, ich hab abgekürzt ein bisschen. Was? Was soll das denn? Ein bisschen, ja. Aber wer ist dein erster geworden? Schon wieder Luigi, ey. Ich krieg die Krise. Alter, das ist echt nicht dein Spiel irgendwie. Ich dachte, N64 wäre besser anstatt Vergleich zu Super Nintendo. Hol die ein. Hinterher mit dem Stern. Kannst du dich übers Gebirge springen? Das dreckige Ziel. Alter. Was ist denn das denn? Was ist das denn? Nochmal. Fahr direkt rechts, rechts, rechts. Gib Gas hier rechts, Alter. Direkt hier drüber, ey. Boah, ey. Warum fährst du da rein, ey? Ja, ich wusste ja nicht, dass da schon die Linkskurve kommt. Gib mal dir Tipps und du... Keine Ahnung. Vielleicht wirst du noch über 100 sogar, ey. Mama mia, Alter. Mann, bin ich froh, dass die Runde vorbei ist. Dabei hat das so gut angefangen. Erster und Zweiter und jetzt schwächelt sie wieder. Tja, passiert, passiert. Kaum noch ein Rennen. Auf wenigstens sind wir jetzt weiter. Ein Rennen hast du noch. Ja, meinst du, ich krieg noch einen Punkt? Keine Ahnung. Welchen Punkt muss ich für den Rennen? Ich hab ja, ich hab 21 Punkte. Das heißt, ich kann jetzt sogar noch Dritter oder Vierter werden. Hab ich gerade richtig gesehen, dass ich Vierter bin? In der Gesamtwerte? Ja, du hast ja einmal 6 Punkte geholt. In Damen bin ich Vierter. Die Schlechte sind mit den Anderen. Ja, wenn die sich gegenseitig die Punkte teilweise wegnehmen, ne? Kann ja auch passieren. Ist natürlich krass. Dass einer mal Erster wird. Alter, ich wollte eigentlich nicht abschießen, sei froh. Ich wollte dir mal eine Chance geben, dass du mal gegen die Dinger fährst. Boah, diese Fickdinger, ne? Die gehen genau runter. Dann wollen wir mal hoch... Alter, was ist denn eh los? Scheiße. Oh nein, Brücken. Brücken mag ich nicht. Alter, warum fällst du immer irgendwo runter, wo man runterfallen kann? Ja, wahrscheinlich, weil das das Sinn des Spiels ist. Du weißt, die Brücke ist doch relativ kurz. Ja, kurz, aber trotzdem schmal. Ja, das Auto ist auch schmal. Ja. Ja, aber... Ich schneide die Mücken schon. Nein! Guck, ich bin vierter und sehe die ersten drei noch nicht mal. Soweit sind sie schon... Ey! Jetzt hab ich mich gedreht oder was? Oh, ich hasse das, wenn man den Dingern vorbeifährt und keine einsammelt. Ich fühle mich immer so nackt, ey. Nackt? Ja, nackt. Nein! Ach, mach dich weg, ey. Hä, warum bist du jetzt auf einmal hinter mir? Ja, wegen dem Kackfelsen da. Und dreimal dagegen gefahren. Ja, hab ich auch gefallen. Oh, du scheiß Donkey Kong, Alter. Ich muss dem ausweichen, ey. Ach, bist du etwa runtergefallen? Ja, weil ich ausweichen musste, dem Donkey Kong. Ja, ich muss auch ausweichen. Ich weiß zwar nicht wem, aber... Ist doch kein Blitz, ey. Hey, wir sind doch nicht mal letzter. Oh nein. Kaum sage ich's, werde ich bestimmt überholen jetzt. Kein Bock jetzt das Rennen nochmal zu fahren, ey. So ein schönes Rennen hier. Lava und so. Und achte. Und keine Attacke. Ah, die sind ja hier alle, ey. Echt? Was geht, ey? Äh, ich will trotzdem achten. Luigi? War der nicht grad voll gut? Was ist los mit dem? Fuck, fuck, fuck. Luigi ist letzter oder was, Alter? Krass. Ja, jetzt ist er letzter. Was geht ab, ey? Die verfolgen aber auch immer mich, ne? Das Ding. Du bist Joschka Fischer, deswegen wollen die Schlusswerden. Alter, nein! Ich hab Sterne, Alter! Und das ist kurz vor Schluss, ey. Du, gib Gas, gib Gas! Warst du schon mal gezielt, oder was? Ich bin erst mal bei der Brücke gerade. Bei der ersten. Toll, Alter. Jetzt ist es Donkey Kong. Hä? Wo ist denn jetzt Luigi hier? Jetzt ist es Donkey Kong auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Luigi ist vierter, der direkt hinter mir. Okay. Das fügt aber ab. Ach, den sieht es nicht nochmal. Oh nein, fahre ich auch noch gegen Wari, oder? Bei dir ist auch egal, ob du letztes oder letztes. Ja, der ist das egal, aber. Du wirst ja nicht mal letzter. Krass. Oder holst du ihn noch ein? Und, und, und! Und, und, und! Oh nein! Was war das denn? Boah, die Zeit will ich sehen. Die Zeit will ich sehen. Ich hab den doch nur überholt. Du hättest ihn platt fahren müssen. Kurz vor Ziele. Jetzt bin ich mal gespannt, Alter. Drei, drei Zehntel. Drei Zehntel. Uuuuh. Das war knapp. Aber ich hab einmal gehabt, glaub ich, mit dir. Da war sogar... Drei Hundertzel waren das? Ne, ne. Hundertzel wäre links. Hundertzel, Zehntel, Tausendel. Okay. Sicher? Ne, warte mal. Hundertzel war das? Ja, Hundertzel, stimmt. Andersrum. Ja. Tausendel, Hundertzel, Zehntel. Boah, ne. Ja, krass. Okay. Aber ein Rennen gibt's noch, ne? Nein. Doch. Auf diesen Special, 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 Cashel, Cashel. Es gibt noch einen Cup. Okay, einen Cup. Aber dieser Star Cup ist zum Glück zu Ende. Ja, okay. Ich bin der Erste, Alter. Ja, wir fahren ja nicht, damit ich gewinne, sondern damit ihr die Strecken seht. Also ist ja alles gut. Nein, wir spielen, damit du gewinnst. Unter anderem. Aber irgendwie... Jetzt bist du schon wieder Erster. Das gibt's doch nicht. Ja, dreimal. 3-0 für mich. Okay, dann bis zur nächsten Runde. 1-0 für mich. Okay, dann bis zur nächsten Hauss, ich guq. Dr. needed ein vielesgt. Okay. Bis zum nächsten Mal.